So, jetzt schauen wir mal weiter. Da hatten wir schon wieder diese komische Festung. Und es ist Licht an. Soll wohl so viel heißen wie, da ist jemand zu Hause. Na gut, gucken wir mal weiter. Hier kommt es mir gleich viel dunkler vor. Das muss die Hütte sein, von der gesprochen wurde. Dann mal schauen. Wo ist eigentlich mein Red Bull geblieben? Äh, ich meine natürlich mein, äh, koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk. Ich will hier keine Schleichwerbung machen. Zumindest solange ich dafür nicht bezahlt werde. Naja, ähm. Du bist besser außerhalb. Ach nee, er wieder. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Äh. Äh. Wir können über alles reden. Kein Problem. Wir können uns mal schön bei Kaffee und Kuchen zusammensetzen. Und dann schaffen wir die Probleme einfach aus der Welt. Was hältst du davon? Oh. Ei, ei, ei. Puh. Ja, hättest du nicht gedacht, Kumpel, wa? Frisst das. So. Hasta luego. So. Oh, nee. Ei, ei, ei. Ich weiß nicht, was ihr meint Aber irgendwie hat mir der Typ vorher besser gefallen Was ist das? Ja, und zwar ist dieses Ding hier Zwar sehr langsam Aber wenn es einen erwischt, dann hat man Auch ein richtiges Problem Das Gute, er ist nur halt Oh, weg hier, weg hier Oh shit, das war jetzt so nicht geplant Das Gute ist nur Wie gesagt, er ist halt sehr langsam Kannst du nicht schneller nachladen? Vorbei, vorbei Aber mit der nötigen Kontenant Sollte auch der zu schaffen sein Und ja, Leute Ich spare mir extra meine Munition auf Meine Stroh-Tripten-Munition und meine TMP-Munition Weil dieses Viech auch noch eine zweite Form hat Und die ist Du sollst nicht nachladen, Leo, du vollen Bratzen, ey Klar, rennt doch weg Ach, scheiße Also wie gesagt Es hat noch eine zweite Form Und die ist um einiges widerlicher als Das hier Das hier ist noch sehr human Zumindest so lange man die trifft Und vielleicht ist es euch aufgefallen Aber man hat hier immer so ganz kurz Moment Zeit Tassen 5 und 6 zu drücken Das ist unglaublich schwierig Wenn eigentlich die Finger auf der Tastatur Nicht so gelegen sind Dass man an die Tasse 5 und an die Tasse 6 noch gut rankommt Insofern man überhaupt weiß Wo Tasse 5 und Tasse 6 sind Das war dumm, Kumpel Das war total dumm Aber okay Oh, weg hier Ja, das meine ich Man hat irgendwie so eine gefühlte halbe Sekunde Zeit Tasse 5 und Tasse 6 zu drücken Und liegt mir mit den Fingern gerade auf den Steuerungstasten Also wie man da sofort zurück Links und rechts und so Und dann halt auf der Taste Welche ist denn das eigentlich? Ich glaube, Taste 3 Und Taste 5 und 6 liegen da unter Und das Umgreifen ist halt So eine Ein bisschen schwierig Das lossiert euch nicht Ja gut, da kann ich auch nichts für Aber ich weiß gerade nicht, über was ich sonst reden soll So Aber so kriegt man zumindest diese Form schon mal gut tot Auch wenn es ein bisschen langweilig ist, aber Ich will den eigentlich nur schaffen Hier TMP Munition Okay Und vorbei Nachladen Ja, was das damit langt Weiß ich nicht, ob die Red Nine wirklich die beste Alternative ist Lauf, Leon, lauf! Oh Ich glaube, wir brauchen mal ein Kraut oder sowas Ich habe kaum Kraut Na, das ist super Ja, das ist gut Da kannst du Leon, dreh dich doch um Du musst in meinem Weg bleiben Ich nehme mal das Schrotgewehr Das dauert mir Natürlich ist es leer Ach, fuck Kann man nicht eine Granate nehmen? Bringt die nicht irgendwas? Erstmal an ihm vorbei An ihm vorbei Sag ich, Leon, du sollst nicht stehen bleiben Eine Granate Hier Friss das, Kumpel Yo Leck mich am Arsch In der Zeit können wir hier nachladen Und Bam Und Shit Das bringt nichts, das Ding Das ist nur auf Kurze Distanz gut So Muss doch mal sterben, der Typ Ich meine, so schlecht ist die Waffe jetzt auch nicht, die ich hier habe Noch nicht hier nachladen, Leon Geh zurück Sieht aber auch widerlich aus, der Typ So Ja, er ist jetzt irgendwie mitten durchgebrochen Was so lange nicht bedeutet, dass er auch tot ist Nein, ganz im Gegenteil Jetzt legt der Wichser erst richtig los Und dafür habe ich meine TMP Ja Okay Ich sollte mich vielleicht auch bewegen Das wäre vielleicht etwas Intelligenter Vor allem, weil das ja mein letztes Kraut ist Dummerweise Blendgranate Und sofort wechseln Yeah, yeah Das sah gerade gut aus Ich muss hier weg Mann, wo geht's hier nochmal hoch, ey Ich bin gerade voll Oh, get Oh, lala Ja, da toll Da geht es hoch Mann, bin ich ein vollidiot Jetzt geht er endlich hoch, Leon Denn egal, wo man sich befindet Der Typ kommt Ah, rotes Kraut, sehr gut Immer hinter Oh shit Runter, runter Immer hinter einem her Man ist nirgendwo sicher Im Notfall habe ich noch eine Blendgranate Wenn es mir zu heikel wird Wo ist der überhaupt? Wo ist denn der? Da Wenn es mir zu heikel wird Also jetzt gerade Dann Granate Ja Boots Yes Stirn Und weg Oh, grünes Kraut Sehr gut Diese Form ist echt widerlich Ich hab's dann wie gesagt schon mal auf dem Profimodus durchgespielt Und ich find diese Form, die ist Unglaublich widerlich Ich weiß nicht, wie oft ich daran damals verreckt bin Gut, soll nicht heißen, dass das der stärkste Boss ist, aber Oh nein Aber mit Sicherheit einer, der mich am meisten ankotzt Verdammter Scheiß, noch eins, du So Ich bin Ich bin fast schon wieder tot Oh Und was soll das denn? Ich hab Nee Ja, stehen bleiben ist das aller schlaueste, was du machen kannst So, jetzt mit höchster Konzentration Gelbes Kraut Wenn der mich noch einmal trifft, dann ist Sense, glaube ich Nimm das Kraut mit, Leon Gott Und ich friss das Kraut direkt Ich kann nichts machen Runter, sofort runter Runter, runter, runter Gut, wo auch immer er ist Ich seh ihn noch nicht mal Ich seh den Wichser ja noch nicht mal Ich kann mich noch einmal heilen Oh shit Nee, ich kann nur laufen Erstmal kann ich kombinieren So, das damit Und das Damit Und jetzt weg hier Los, in Bewegung bleiben Und hoch, hoch Geh da hoch, Leon Und weg Scheiß auf die Munition Die brauche ich nicht Und wieder runter Oh Gott Gott kostet mich das gerade nerven, Leute Nein Oh shit, das war Das war Glück Ich weiß doch gar nicht, wie oft man ihn treffen muss Oh, nein Weg, 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 weg Meiner Meinung nach nur viel zu oft So Sterben ist keine Alternative Ja, jetzt stirb du Ja, ich glaube Ja, ja Er ist tot Oh Gott Äh Oh Okay, er ist tot Ein Glück Wir kriegen 30.000 für das Viech Das muss auch Und Ja, wir Sammeln sein Auge ein Du erhältst versifftes Glasauge Super Super Okay Das hätten wir geschafft Erstmal alles komplett nachladen Wie nach jedem Bosskampf So Dann feststellen, dass unser Inventar mittlerweile schon wieder ziemlich leer ist Und wir irgendwie unglaublich viel Stummgewehrmunition haben Sonst kaum mehr was Und dann plündern wir diese Gerade abfackelnde Scheune am besten mal Prüfen Lässt sie nicht öffnen Die Türkopfes sind ineinander verschlungen Ich kann sie nicht öffnen Mann, Leon Stell die nicht so an Hier ist noch eine Granate So Ach, die hätten wir draufschießen können, ne? Ja, jetzt ist auch egal Hab ich gar nicht gesehen Hier ist nichts mehr Gut Ich glaube Das war's soweit Dann gehen wir mal wieder raus Wie kommen wir eigentlich raus? Hier Ja, hier ist ein Loch So Ja, du Die nichts dazu beigetragen hat Dass es mir gut geht Ja, mir geht's Einigermaßen gut Und hat Spaß gemacht Sich zu verstecken Hauen wir ab So Hast du jetzt was Neues? Welcome Ach Du bist so enttäuschend, Kumpel So Leute, ich speichere jetzt erstmal Er hat's schon aufgenommen oder nicht Ich hoffe's ja mal Ich speichere mal auf die 22 So Gut Und dann werde ich jetzt noch direkt eine kleine Pause machen Zum einen, weil ich noch essen muss Zum anderen, weil ich noch Besuch bekommen Und meine grauenhafte Butze hier aufräumen muss Und deswegen würde ich sagen Sehen wir uns ein anderes Mal wieder Also bis denn Adieu und Ich bin weg